Klingt halt nix, wenn die so versteckt sind. Ich dachte, ich hab den erwischt. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Die Frage ist nur, wo kommen die Kackklappen raus? Komm raus! Na, kleine Lappen. Na, komm raus! Ich weiß, dass du da bist. Was ist die Musik? Ich dachte, der hätte irgend so'n Nebelhorn oder so ange... Oh, okay. Ah, wer ist das? Was ist das? Ich hatte viel Spaß dabei, ja? Warum sind da so viele? Wow. Ich will nichts sagen, Ellie, aber du hast mir deutlich zu viel Spaß. Ich will nichts sagen, Ellie, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen, Ellie, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen, Ellie, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen, wie du dich brauchst oder wie viele Leute da sind. Ich habe das Gefühl, dass ich nämlich ganz gerne mal, wenn du nicht entdeckt wirst, hast du... Hast du drei? Wenn der entdeckt wird, kommen halt ständig welche nach. Jetzt müsste denen doch bekannt sein, dass hier einer rumläuft, der mit denen kurzen Prozess macht. Oh, scheiße. Also wenn ich jetzt einer von denen wäre, würde ich mir das zweimal überlegen. Ich werde mich da draußen am Seher. Luka holen. Da, wo du nicht bist. Wir müssen doch längst merken, dass da nicht mehr so viele Leute sind und sollten sich doch eigentlich schon dreimal einscheißen. Oh, scheiße. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Ich finde es sehr gut. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Die haben bei mir geklopft. Sekunde. Nope. Keiner. Ei, ei, ei. So. Dass ich den getroffen hab. Echt krass. Hey, hey, alles okay? Ach du scheiße. Hey, kalt halt euch. Komm noch jemand da. Oh man, warum ist der denn ausgewichen? Da stand greifen. Weißt du, wer denn der ganze scheiß Buggy ist? Auf geht's. Für alle Zivilisten, die die bewohner status beantragen muss folgendes überprüfen dokumenten überprüfung infektionskern et cetera et cetera bevor es ist gekauft hat geklappt gut dann beobachten wenn du sie so genügend hast und zocken willst wirst du mich I've got my dumps! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist hier noch irgendwer Sieht nicht danach aus Einer ist noch da Gucken, ob ich den irgendwie kriege Und wie ich den irgendwie... Ellie, du bist ein Schatz Da hinten ist er Das war verdammt knapp An den Rand des Universums und zurück Ertragen und überleben Wie bitte? Savage Starlight Der Comic, den ich gelesen hab Das sagt der Held nach einer großen Schlacht Kämpfen und leben Ja Äh, okay Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Ellie mögen oder hassen soll Aber es scheint zu funktionieren Da unten sieht alles gut aus Tja Das ist doch mal was Das ist doch mal ein Wort Komme ich hier jetzt hoch? Ne, hier kam ich... Äh Ja Ja Holy shit. 72 Teile zur Verbesserung. Not bad. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was? Das ist so blöd. Das ist so doof. Warum in so einer Situation würde ich nie auf sowas kommen? Also ich vielleicht, weil ich ja durch bin, aber bei mir stecken ja auch 30 Jahre, keine Ahnung, geballte Erfahrungen durchgeknallt. Gut, die Bücherregale könnten auch schon mal voller gewesen sein. Aber eigentlich sieht das ganz gut aus. Frage ist nur, wo muss ich lang? Wahrscheinlich hier lang. Another try. Three soldiers dead. What is this going to take? Give up. Verstehe. Okay, da oben ist nichts. Ellie, ich will nichts sagen, aber du bist echt doof. Mich selber nur draufgepappt ist. Ah, nee, doch nicht. Gut, jetzt sind wir plötzlich ein Vier, ne? Ich würde sagen, möglich. Möglich. So, Vienix ist abwesend. Was sagt mein Discord-Server? Habe ich jetzt mal ein bisschen Ruhe? Mal sehen, wo sie hinführt. Nach oben würde ich sagen. Will ich hier? Ja. Wollte ich schon sagen. Nehme ich so ein bisschen an Resident Evil, weil dort... Ist gut auf, wenn du springst. Ist es ja theoretisch auch so. 40. Heiltempo. An sich gar nicht schlecht. Ich würde aber entweder maximale Gesundheit oder Schwanken der Waffe bevorzugen. Runter, 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 runter. Das ist noch mehr. Was war hier? Aha. Aber koreanisch? Das Mädchen ist so dürr. Das ist gar nicht wie Petter. Mal gut essen, sonst siehst du auch irgendwann so aus. Die hat einfach nur Hunger gehabt. So, das fragen wir jetzt mal nicht. Siehste, hat sich doch gelohnt, die Ecke abzugrasen. Beim nächsten Mal... Guck mal, fünf Teile. Ich will doch gleich bestimmt wieder rum. Nie, ich kann nicht mümmen. Ein ganz komisches Gefühl. Das Kreuz markiert die Stelle. Na bitte. Ich weiß nicht, was da jetzt geholfen hat, aber es hat sich immer, bis jetzt immer bezahlt gemacht. Wie von Mutti. Oh, mein Sohn, mein kleiner Junge. Ich habe ihn heute begraben. Was hat er getan? Man... Sich Protest... Äh, Protesten angeschlossen? Jetzt nennen sie ihn Verräter. Gut, ich zeige Ihnen, was ein Verräter ist. Ich gehöre jetzt zu Ihnen, zu den Rebellen. Den Aufständigen. Sie haben mir eine Pistole, ein paar Kugeln und einen Auftrag gegeben. Ich werde sterben, aber sie auch. Wie viele Väter und Mütter wie mich gibt es da draußen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt fällt. Schlagen wir den ersten Stein heraus. Na, diese Sicht der Dinge nützt niemanden. Na dann. Hat jetzt auch nichts gebracht. Oh, hier ist ja noch was. Beile, teile, teile. Lut, lut, lut. Eppiglut, epiglut, 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 epiglut. Epiglut, 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 lut, epiglut. Oh, maximal... Oh, was wollen wir machen? Maximale Gesundheit oder Schwenken der Waffe? Entscheiden Sie bitte jetzt. Gesundheit oder Waffe? Gesundheit oder Waffe? Das ist, was ich nicht raffe. Da frage ich jetzt wie ein Affe. Lalalalala. Wo will ich denn am besten lang? Okay, wahrscheinlich hier lang. Ich schaffe den Sprung nicht. Wo soll ich dir denn raufhelfen? Bäh, war ja eklig. Worauf? Och nein. Ich muss das ja hinschwimmen. Weil du so blöd bist zu schwimmen. Lecker. Ich muss ja nix sagen, aber warum hat er gerade ne Ente gequatscht? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ähm, okay. Und wo und wie muss ich da jetzt lang? Muss ich nur noch irgendwie hoch. Irgendwie ist gut. Ich rate nicht, ich muss da durch. Na super. Trotz alledem würde ich gerne mal gucken, was es hier gibt. Ah, ich hab nur gepubst. Er hat nur gesoffen, der Kerl. Ist klar, natürlich. Das war schwach. So, warte mal. Kann ich da noch irgendwas machen? Das wäre cool, wenn man da noch was finden könnte. Ich hab nur die Befürchtung, dass da gleich irgendwas passiert. Materialien, Materialien. Messer. Ich hab ganz schönes Problem mit meinen Mund, äh, mit meiner Munition, ne? Ich glaube, ich sollte öfters mal das benutzen. So, 60. Ja, ihr habt immer noch... Das ist doch unglaublich mit den Leuten hier. Ich wollte doch sowieso, dass ich nichts mache, damit ich es besonders schwer habe. Deswegen schreiben die Leute nicht. Wird euch nicht verbessern? Nee, gar nichts. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher. Komm, packt ihm alle gesundheitlich drauf geschissen. Das war ein Hammer. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie. Komm runter. Komm runter. Edel. War nicht das was für dich? Das war, äh, am Scheiße war mal nicht. Ellie. Ich bin mit Scheiße geboren. Das ist ein Unterschied. Nein. Nein. Das war viel zu teuer. Oh, das war schön schön. Da kommen wir doch hoch. Ja, kommen wir. Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Wird dann halt nicht. Das ist aber schön im Hintergrund. Also so an sich, ne? Gegend gefällt mir. Not bad. Wollen wir mal gucken. Ja, das ist schon klar, dass ich das bauen kann. Aber den Rest nicht. Okay, verstehe. Oh, hallo. Ich checke für eine Nacht ein und, äh, wir leben das bisschen. Was soll das denn? Natürlich. Du bist echt ne Makel. Domination erforderlich. Illumination. Ich will da schon rein, weil das ist echt wichtig gefühlt. Die Frage ist nur, wo finden wir den Stuff? Das ist auch keine Kaffeemarke. Ich weiß nicht, was es war, aber... Oh, lieber Broly. Ja, ich weiß. Ich will nur wissen, wo ich die Kombination von Safe herkriege. Und jetzt doch. Muss ich da hoch? Will ich da hoch? Das ist die Frage. 20, 10, 56. Alle Mitarbeiter, die Kombination des Selbstverwertsachen der Gäste wurde geändert. 20, 10... 20, 10, 56. 20, 10, 56. 20, 10, 56. 20, 10, 56. 20, 10, 56. Versuch es mir zu merken. 20, 10, 56. Heute Nacht werde ich träumen von 20, 10, 56. Und dabei werde ich denken an 20, 10, 56. Und von was hatten wir gerade gesprochen? 20, 10, 56. Hier läuft es mit einem Downloadspart 20, 10, 56. Messer verbessert. Das hat sich echt gelohnt. Das 20, 10, 56. Nervig gerade. Baaaiiii. 20, 10, 56. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei kann die Wahlen essen, ein Clown. Sagt der eine. Schmeckt komisch. Den hast du schon mal gebracht. Wie weißt du, wenn du für mich tanzt? Hm? Ich schieße dir auf die Füße und du tanzt. Ja, das reicht wohl. Vorsichtig. Oh, Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Ah, fünf diese Wahlen. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen keinen Clicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Er hat mich nicht gesehen. Mist, Mist! Oh, Scheiße. Was? Sag mal, ich bin nur zu böse zu treffen, oder was? Oh, mein Gott. Ja, start to move! Hey, schnapp dich! Hey, ich bin aus dem Ruhm. Hier drüben! Du, 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 du. Er hat gezwirbelt, ne? Hat er sich gerade selbst erschossen? Was zum... Ich hab halt auch nichts dabei, ne? Hätt's mich nur in Ruhe lassen müssen. Wolltest du nicht. Das ist ein Stecker. Ich dachte, das wäre ein Pfeil, oder so. Würde jetzt hier... Würde ich mir wahrscheinlich wesentlich... Würde mir eher helfen, als... Mh, lecker! Das nenn ich mal! Klo hat nicht mehr ausgereicht. Da hat man vor's Waschbecken geschissen. Könnte mal ein Morgenhaufen sein. Ich hab das nicht mehr ausgereicht. Was ist das? Ich hab das nicht mehr ausgereicht. Ich hab doch noch ein... Ich hab das bei mir noch einen Haufen gemacht. Oder was ich mal mit drüben bin. Na toll. Nach oben? Müssen wir nach da? Wo müssen wir denn genau lang? Ich habe keine Ahnung. Da sind bestimmt auch nur wieder Zierde. Da bin ich ein bisschen irritierend. Ich denke immer so, man macht das nicht umsonst, aber auf der anderen Seite genau deswegen. Dünn, 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 dünn. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Turok. Ich habe irgendwie Lust, Bein und Bogen und piu, 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 ganz viele Dinosaurier und Mutanten abzuschießen. Warte mal, von da kam ich doch. Entschuldige, Ellie, dass ich dich verrückt mache. Das ist doch scheiße, Mann. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ich brauche Deko. Toll, ja, aber es hat Spaß gemacht. Oh, komm schon. Oh, scheiße. Brenn, Arschloch! Ich will den Kappfackeln! Brenn, Arschloch! Brenn, Arschloch! Was? Zum Geier. Ich will den Kappfackeln! Holy shit! Viel zu viel, Muni. Auch wenn ich... Wenn ich Bock hatte... Oh, Mann! Ich will den Kappfackeln! Oh, Mann! Oh, Mann! Wenn es der least vor ist, während es Essen gibt... Ja, kann sie machen. Ja, es ist nicht groß. Es ist eine Early Access. Was erwartest du? Ich will den Kappfackeln! Ich will den Kappfackeln! Ich will den Kappfackeln! Okay! $19com. Der Sons of Forest ist nicht groß. Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Okay, die zeigen uns hier schon mal den Weg. Du weißt scheinbar genau, wo es lang geht, Ellie. Hier gibt es so viel zum Absuchen. War ich hier schon? Jetzt bin ich verloren. Jetzt habe ich die Orientierung verloren und weiß nicht mehr, wo ich bin. Aber hier war ich noch nicht. Und wenn doch war es, ist es nicht schlimm. Und wenn ich mich nicht mehr so viel zu tun, so klingen ja molly wäre natürlich auf der einen seite ganz cool aber da braucht es gleich wie dingsbums ist eigentlich interessant das verbraucht gleiche mitte unten außer das hier so eine gewisse art kann man da schon raus sehen so ein kleines motiv man